hallo mein name ist roland jonas bialke heute ist der 18 februar 2015 und mein heutiges thema ist ach quatsch ich will einfach über terminator sprechen terminator ist voll cool ja ich liebe so zeitreise filme und kommt ja auch bald ein neuer raus habe ich gehört 2015 vielleicht ist auch schon groß gekommen man weiß nicht vielleicht sind auch zwei rausgekommen im doppelpack ja nie ist bloß was aufgefallen und zwar ja ich lese halt manchmal bücher also eher seltener aber manchmal doch und da gibt es halt so figuren so personen die mitspielen und früher in der schule mussten hoch alte bücher lesen und das war ganz cool weil so hat man gelernt dass es zum beispiel bestimmte figuren gab bestimmte auch bestimmte personen und die person hatten namen und dann konnte man bestimmte eigenschaften der person an den namen auch erahnen ja ich weiß gar nicht mehr welchen ich das erste mal das gelernt habe gesehen habe aber bei terminator ist es ziemlich eindrucksvoll und zwar heißt da einer john connor also erst nicht und sondern er ist john connor und ja schon ich denke wird von johannes abgeleitet johannes war der typ der in bibel über die apokalypse geschrieben hat und das passt ja auch sehr gut zu terminator also ich habe übrigens einen starken persönlichen bezug zu terminator aber das weiß bislang hat keiner mehrere bezüge sogar und ja connor was heißt connor und zwar gibt es da eine schlüssel szene in dem da ich glaube es wird allgemein gezeigt dass jemand rein kommt in so ein unterschlupf der der menschen und dann ich im ersten oder zweiten teil und dann erzählen sie so dass die terminator sich sogar mit rot so angepasst haben und das als mensch gar nicht so die unterscheiden kann und dann haben sie halt hunde sich angeschafft und diese hunde schnüffeln dann und wenn es nach mensch riecht also das menschen und dann finde ich es raus und dann knauniser und bellen und wenn es maschinen sind mit so einer komischen haut dann habe ich das nicht gerade gesagt muss man zurückspulen auf jeden fall wenn es maschinen sind bin ich halt ganz laut und zeigen so an dass es keine menschen sind und ich glaube in der szene kommt auch jemand rein lässt sich beschnuppern und dann streichelt den hund oder so und dann ich weiß nicht mehr ganz genau aber auf jeden fall so war es und connor kommt aus den irischen und heißt so viel wie der der hunde liebt das ist schon sehr interessant da gibt es auch noch eine andere geschichte dass ja die entwicklung des menschen sehr viel damit zu tun hat mit der entwicklung des wolfes zum hund nämlich dass als der mensch sich weiterentwickelt hat sich der wolf in gemeinschaft das menschen genauso weiterentwickelt hat zum hund zum zahmen hund ich habe dann voll coolen horrorfilm gesehen ich mag lieber komödien aber horrorfilme sind auch cool und ja da kam es auch vor sehr interessant wenn man also parallelen filmische parallelen oder filmische figuren sieht heißt es filmische figuren ich weiß nicht und die dann mit dieser entwicklung zu tun hat ja auf jeden fall geht es halt auch darum dass einmal das so sehen will der mensch sich vom tier zum menschen entwickelt hat und der hund vom der hund vom wolf zum hund in der gleichen zeit und dass dann diese parallele da gezogen wird mit der hund hilft die menschen als ich die maschine weiterentwickelt hat sehr interessant finde ich das ja es gibt noch ein paar andere sachen ich finde übrigens bei zeitreise film die spielen ja immer so mit alternativen enden und ich liebe diese alternativen in ich habe mir schon total viele film angeguckt und ich liebe es auch wenn zeitreise filme oder ja diese zeitreise filme an spielung haben auf andere zeitreise filme und das ist absolut supi ja wenn du mit mir ins kino gehen wirst denn terminator der neue terminator raus kommt dann schreibt mich doch einfach an ich glaube über facebook ist besser aber du kannst auch noch video bought auf dieses video posten das geht auch ja ich bin in berlin aber wer weiß ist Vielleicht hat sich die Erde bei meiner Zeitreise einfach ein Stück rumgedreht und dann nicht woanders hingekommen. Ja, danke, dass ihr das Video geschaut habt und bis dann.